Parkhotel Wiesbaden, guten Tag! Beim Parkhotel Wiesbaden geht es darum, dass ein nachhaltig geführtes Hotel unterrichtet wird. Es geht uns darum, dass die jungen Leute lernen, verantwortlich zu handeln im Rahmen von unternehmerischen Entscheidungen. Und Nachhaltigkeit bedeutet auch nachhaltige Lernprozesse. Das heißt, wir arbeiten im Lernfeldkonzept und wir vollziehen immer vollständige Handlungen. Ein Teil unserer Schüler erwirbt zusätzlich die sogenannte Europa-Qualifikation. Eine gute Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben ist im dualen System immer sehr wichtig. Und um einen regelmäßigen Austausch zu gewährleisten, haben wir einen Beirat. Wir gehen natürlich mit den Schülern auch zu Betriebserkundungen, zu Exkursionen in die Betriebe. Also ich finde die Kooperation sehr gut, weil wir uns da gegenseitig unterstützen können. Die produzieren, wir übernehmen, essen oder eben halt Ideen.